Peinlich Ströbele noch immer in Rage Grün-Ikone zensiert eigenes Facebook-Profil und mahnt weiter ab Berlin Die Facebook-Seite von Hans-Christian Ströbele steht unter dem Ansturm von kritischen Kommentaren besorgter Bürger. Diese werden jedoch zensiert und Ströbele tritt noch einmal ordentlich nach. Eigentlich ist Hans-Christian Ströbele, immer einer der Ersten, wenn es um die Verteidigung linker Gewalttaten als ziviler Ungehorsam geht. Doch wie Deutschland Echo unter anderem berichteten, ist er inzwischen auch der Erste, der die sonst so verhasste Polizei ruft, wenn ein 13-jähriger Angler versehentlich seine Frau mit Fischfutter trifft. Ein lokaler Blogger berichtete eben genau darüber und erhielt darauf eine Abmahnung und zugleich die Aufforderung, Kommentare und Berichterstattung über Ströbles Verhalten gefälligst zu unterlassen. Ein Angriff auf diejenige Pressefreiheit, die Ströble sonst vorgibt, zu schützen. Der Skandal zieht weitere Bahn. Inzwischen beschweren sich besorgte Bürger bei Facebook und dennoch zensiert Ströble die Beiträge konsequent. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass Ströble letztlich als prädestiniertes Mitglied der Grünen gilt, die ja vorgeblich Gegner von jeglicher Zensur sein wollen. In einem Beitrag voller Selbstmitleid und Unverständnis tritt Ströble selbst nochmal den jungen Fischköderwerfern nach. Darf ich nicht wütend und zornig werden, wenn vor meinen Augen meine Ehefrau mit einer Zwille einer harten Kugel an den Kopf geschossen wird? Geradezu um Mitleid bettelnd schreibt sich Ströble damit die Wut vom Leib. Seine Frau habe noch Tage unter Kopfschmerzen gelitten. Kurios ist es, dass auf den Antifa-Demos, an denen Ströble des Öfteren teilnimmt, Steinewürfe gegen die Polizei zum guten Ton gehören. Darüber hinaus soll er nach dem versehentlichen Fischköderwurf mit dem jugendlichen Angler sofort aufs Jugendamt der Stadt gefahren sein. Das klingt schon schwer nach Freiheitsberaubung und nach noch stärkeren Realitätsverlust Ströbeles. Prädikat peinlich.